Wir wollen, Sie folgen dem Paris Agreement und dem IPCC-Report. Wir haben keine anderen Manifestungen oder Demand. Wir sind uniting-behind-the-Science. Das ist unsere Demand. Tausende Schülerinnen und Schüler rufen zum internationalen Großstreik in Aachen auf. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Zahl der Fridays-for-Future-Demonstrantinnen auf 21.600. Weitere Informationen. Wir sind hier, wir sind laut, weil wir uns die Zukunft klauen.